Hallöchen! Wir begrüßen dich! Ja, Hallöchen! Herzlich Willkommen hier auf Skellyfans und Co! Genau! Hallo! Und Solly sagt natürlich auch Hallo! Solly packt mich jetzt auch was aus! Und zwar ein Paddleback von Skylander Giants! Wenn man das sieht! Ja, deswegen sag ich es ja, wenn man es sieht! So, dann wollen wir es mal auspacken! Ja, wir haben zwar schon Schrumm-Boom, aber wir haben leider noch nicht die Dragonfire-Cannon. Drogen Fire! Ah, ich so in Englisch! Und Shop Shop! Serie 2 haben wir ja auch noch nicht! Also wir brauchen das ja! Ja, was wir brauchen, aber... Ja, die war brau! Ja, ich möchte sie mir sehr gerne haben! So! Okay! Ui! Eine... Jo, wir haben uns gleich nochmal unten geschwenkt! Wir wollen noch was sehen, dass wir mal auspacken! Oh! Oder ihr wollt was sehen! So! Genau! So! Okay! Ja, wir müssen schon nach oben behalten! So! So! Das kann ich erstmal weg! Kann mal hier raus! So! Das kann ich auch weg! Hallo! Guck mal! Ah! Da ist es diesmal angeklickt! Alles klar! Okay! So! Okay! So! Schopp, schopp! Komm mal her! Komm! Ich hole erstmal alles raus und dann zeige ich euch alles schön darüber nach! Naja, ich muss ja noch die Karten ausnehmen! Ja! Die sind ja so verklemmt da drin! Da sind wir immer bei Giants! Ja, so woanders habe ich keine Probleme! So! Bei Giants-Paketen ist das total! Dann fangen wir mal mit! Äh, Kunde mal! Das ist immer! Ah! Und wir haben ja gleich die Karte! Und den Aufkleber mit dazu! Das passt doch! So! So! Da haben wir alles! Ah! Die Karte ist nun ja schnell! Super! Äh, ja! Ja! Und wir haben die zweiten Paya-Kenne! Keine Ruhe! Hm! Vielleicht leuchtet die jetzt sogar, wenn jemand sie aufstellt! Das kann natürlich sein, dass die hier vorne leuchtet! Und die Augen! Die könnten auch leuchten! Ja, aber bei Giants schreiben wir ja kein Lightcore hin! Aber die Giants-Dinger leuchten ja auch! Hm! Und äh, das könnte natürlich sein, dass die auch... Karte mit Aufkleber! Hm! Lucken! So! Feiner! Oh! Und du auch! Und! Zu guter Letzt haben wir noch Shop-Shop-Serie 2! Ja! Endlich! Ha! Der würde gleich sonst wohl hin! Wenn wir Serie 1 haben wir, ne? Und dann äh, natürlich Äh, Äh, Eons Elite! Und jetzt natürlich Äh, Äons Elite! Und jetzt natürlich Äons Elite! zusammen. Cool, cool, cool. Jo. Das ist Gespenst und Leben. Ein Item. Warum ziehst du das jetzt in die Kamera, wenn du jetzt so nach oben gehst? Dass man die mal kurz sieht. Gut, ne? Ja, das geht über die Kamera nach oben. Okay. Ich habe die kurz noch mal gesehen. Alles zusammen. Ja. Irgendwie, ja. Passt, wackelt und hat Luft. Jo. Und das war das Unboxing zu diesem Battle Pack mit. Genau. Unter anderem mit dem Zop Zop und Scrum Boom. Jetzt haben wir Scrum Boom zweimal. Insgesamt sogar schon dreimal. Ja, und der Treppe Team kam mit die Serie 2 raus. Genau. Jo. Aber die ist ja schon in der Playlist drin, ne? Jo. Okidoki. Dann wollen wir uns verabschieden. Ja. Wir haben noch einiges vor uns. Ja. Und? Abonnieren nicht vergessen. Jo. So, sehr schön. Liken. Kommentieren. Kommentieren. Teilen. Nicht kommentieren, sondern kommentieren. Äh. Ja, teilen wäre auch nicht schlecht. Ja. Wie sagt man so schön, letzte Sprache schwere Sprache? Ne. Nicht wirklich. Äh. Ok. So. Alles klar. Jo. Dann sagen wir Tschüss. Sagt Zolli. Und Tinkerbell natürlich. Ciao, ciao. Tschüss. Bis später. Brauch ich jetzt ein bisschen sein, ne? Jo. Hält jung. So. Tschüss. Ciao. Grobe. Untertitelung des ZDF, 2020